Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt hier auf Let's Zipster. Ich habe mir den Moor als Verstärkung gerufen. Als Bomben-Experte. Oh yeah. Denn wir spielen Keep Talking and Nobody Explodes. Ganz kurz zur Erklärung, es ist in dem Spiel so, dass nur ich die Bombe sehe und der Maurice hat eine Anleitung unterliegen. Sieht nicht, was ich sehe praktisch. Und nur durch Beschreiben müssen wir diese Bombe entschärfen. Richtig. Und du siehst nämlich nicht die Beschreibung, die sehe nämlich nur ich. Korrekt. Und das ist Stress. Ja, wir haben gerade schon mal hier das Tutorial gemacht. Die erste Bombe haben wir entschärft, um reinzukommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Let's Play Bombe. Richtig. Dann. Oh Gott. Wenn die Ziege in der Familie Bombe, become comforting. No matter, this bomb will only be half comforting. Okay. Äh, 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Okay. Irgendwann raus. Mach alleine. Ja, klar. Gut. Okay. Ich bin gespannt, wie wir das machen. Vor allem, wie weit wir kommen. Ohne irgendwie mega zu verzweifeln. So, ich rufe die Bombe schon mal auf. Mhm. Oh Gott, ich sehe im Dunkeln schon 7-6. So, pass auf. Ich habe 6 Kabel. Okay. Zwei Rote, zwei Schwarze, ein Gelbes, ein Weißes. Mehr als ein? Ich habe 6 Kabel, ja. Äh, Entschuldigung. Mehr als ein Weißes. Entschuldigung. Äh, nein. Nur ein Weißes. Nur ein Weißes. Ähm... Du hast ein Gelbes und wie viel Rote? Zwei. Zwei. Das vierte. Jo, richtig. Äh, Simon Says. Wir haben kein Strike. Ah, nein. Okay. Hast du, ähm, Seriennummer, Vokal, ja oder nein? Ich habe ein A drin, ja. Warte, was ist Vokal? Okay, weiter. Es leuchtet rot auf. Leuchtet rot auf. Blau. Jo. Rot, grün. Blau, gelb. Blau, gelb. Ja. Rot, grün, grün. Ähm, blau, gelb, gelb. Blau, gelb, gelb. Okay. Rot, grün, gelb. Ja, richtig. So, ich habe einen weißen Knopf. Da steht ein Detonade drauf. Okay. Ähm. Hast du mehr als eine Batterie? Ich gucke gerade. Ich habe, ja, so einen Doppelslot. Ich weiß nicht, ob das jetzt als eine zählt oder... Wenn da eine große ist, dann nein. Nee, das sind zwei kleine. Es sind zwei kleine? Ja, nur halt in einem Steckplatz. Ich weiß nicht, inwieweit das zählt. Äh, einmal kurz draufdrücken und wieder loslassen. Jo, richtig. Nice. Haben wir geschafft. Ja, sehr gut. Boah, Alter. Boah. Boah. Alter, ganz ehrlich, das ist Stress pur. Cool. Vor allem bei dem Simon Says musst du richtig aufpassen, dass du nicht durcheinander kommst hier mit der, mit der Dingens... Äh. Ja. So, die Bombe haben wir. Die nächste Bombe. Moment. Ähm. Doppel-Tour-Money. The task is clear, but the timer doesn't care about what you are glad. Alter, was? Fünf Minuten, sechs Module. What? Drei Strikes. Alter. Boah. Fertig? Nee. Ich auch nicht sagen. Okay, mach. Alter, was nix du, du? Hoffentlich easy. Alter. So. So, ich hab Kabel, vier Stück. Vier Stück. Welche? Ein weißes, ein rotes, ein gelbes und noch ein rotes. Zwei rote. Ja. Ist die letzte Nummer der Seriennummer ungerade? Äh. Moment. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist eine Null. Ist das ungerade? Ja, ne? Müsste eigentlich gerade sein. Ah, okay. Ähm. Ist das letzte Kabel gelb? Nein. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Gibt's extra... Hast du ein blaues? Nein. Mehr als ein gelbes? Nein, nur ein gelbes. Das zweite. Ja, richtig. So, ich hab äh, Keybets. Also diese komischen Zeichen. Ja. Ein Q, was leicht verdreht ist. Q, was leicht verdreht? What? So ein O mit einem Strich unten dran. Also einfach ein O mit einem Strich nach unten. Genau. Okay. Ein gespiegeltes N, wo die N so leicht abgebogen sind. Ja. Ein C mit einem Punktöffnung auf der linken Seite. Okay. Und das Half-Life Zeichen. Das Half-Life Zeichen. Ja, okay. Ähm, erst das O mit dem Strich unten. Ja. Richtig. Half-Life. Ja. N. Und dann das C. Und das C, ja. Alles klar. So, äh, ich hab nochmal die Symbole. Keybets, okay. Sie sieht aus wie Titten mit einer Nase oben, oder? Ja. Ein Copyright Zeichen. Copyright, okay. So ein Ringelschwänzchen. Ja. Und ein X mit dem I drinnen. Okay, Copyright. Ja. Brüste. Ringelschwänzchen. Dingelsch. Alles klar. So, ich hab vier Kabel wieder. Vier Kabel. Okay. Äh, ein rotes, zwei gelbe und ein weißes. Letztes weiß. Der Nummer? Der Nummer ist gerade, ne? Äh, ja. Die Null halt. Zwei rote? Zwei gelbe. Ein rotes, zwei gelbe, ein weißes. Gibt es mir jetzt ein gelbes Kabel, das letzte? Ja, richtig. So, ich hab einen blauen Knopf, da steht Press drauf. Blau, Abort. Shit, 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 shit. Oh shit, wo ist es? Blau, 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 blau. Detonate. Was steht da drauf? Press. Press. Ist der Knopf weiß? Und blau ist ja, ne? Blau, ja. Zwei rote ich. Ja. Ähm. Halt den mal gedrückt und dann sag mir, was für eine Farbe der Streifen hat. Wenn da einer ist. Weiß. Weißer Streifen. Loslassen, wenn der Timer in beliebiger Position eine Eins anzeigt. Na. Okay, hab ich. Perfekt. Weiter. Wir haben jetzt allerdings einen Strike, weil ich einmal zu früh loskasse. So. Okay. Einen gelben Knopf. Da steht auch Press drauf. Gelber Knopf Press. Ähm. Mit Press steht hier eigentlich gar nichts. Halt mal gedrückt. Der ist gelb, ne? Der, der Knopf ist gelb. Ist der Knopf gelb. Ich hab jetzt eine rote, äh, Dingens, weil ich halt gedrückt hab. Ähm. Rote Farbe, ne? Ja. Wieder das gleiche, wenn der Timer in eins steht. Ja, easy. Ja, easy. Alles klar. Perfekt. Bei einer Minute kann ich auch los. Wunderbar. So, die haben wir auch. Ah, das war's schon. Ich hab hier keinen Timer gestanden. Ja, das war's. Ah. Ja. Ich würd sagen, wir machen noch eine. Mhm. Dann starte ich mir mal einen Timer für die nächste Folge. Ja. Ja. So. One step up. Mir ist leicht warm. Äh, die auch. Ja. Okay. So, jetzt kommt angeblich ein bisschen was Schwierigeres. Okay. Fangen wir einfach mal den Kabel an. Ja, wenn ich welche hab. Fünf Minuten, vier Module, drei Strikes. Ist okay. Ja. Gut. Ich bin so ein wenig angespannt, das ist der Hammer. Ja, ja. Ich auch. Das ist öfflicher. So. Ja, wir haben Kabel. Die seh ich jetzt schon. Dunkel. Und ein Simon Zeiss. So. Sechs Kabel. Ah shit. Sechs Kabel. Okay. Farben? Blau, schwarz. Rot, schwarz. Gelb, schwarz. Rot, schwarz. Bitte. Das fällt weg. Gibt es ein gelbes? Ein gelbes, ja. Äh, mehr als ein weißes? Nein, ne? Kein weißes, nein. Kein weißes. Ähm. Keine roten? Einen roten. Einen roten. Das vierte. Wieso ist das immer das vierte Kabel? Gut, ähm. Ich hab ein Feld, da sind, steht oben Blank. Unten sind sechs Felder mit verschiedenen Wörtern. Äh, und so ein Vers. Okay, warte mal. Was steht da Blank? Blank, ja. Ähm. Das, in der, von oben gesehen, das zweite Wort rechts. Nichts. Was ist das? Ready. Ready. Mit Ausrufzeichen oder Fragezeichen? Ohne alles nichts. Einfach ein Ready. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Du musst jetzt den ersten Knopf drücken. Also von den sechs. Ich lese jetzt hier viele Wörter vor. Und der, der in der Liste vorkommt. Als erstes in der Liste. Den drückst du, okay? Okay. Wollen wir mal an. Okay, fangen wir an. Yes. Hab ich nicht, ne? Okay. Dann kommt What? Hab ich auch nicht. Weiter. Dann kommt... Hast du Okay, weil das war auch ein Wort, ne? Äh, ne, Okay hab ich auch nicht. Okay. Dann kommt Mittel. Ja. Warte. Geht weiter. Äh, Red steht da oben jetzt. Jetzt steht oben Red. Red, 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 red. Red oder Reed? R-E-D. Also Red. Die Farbe Rot. Okay. Ähm. Wieder das gleiche Wort wie gerade. Zwei, drei von oben rechts. Okay. Welches ist es? Nothing. Nothing. Ähm. U? Nein. Right? Äh, nein. Okay. Nein. Middle? Äh, nein. Yes? Blank? Blank? Jo. So, warte. Äh, jetzt hab ich oben stehen, wieder red. Das heißt, da steht jetzt wieder what? Das steht jetzt, also an, an zweiter Stelle von oben rechts, ne? Ja, Mitte rechts, ja. Ähm. Ist da ein Fragezeichen bei? Nein. Okay. U? Äh, ein einfaches U oder mit, äh, drei Hs hinter. Mit, mit drei Hs. Ja, hab ich. Ja, wo ist denn, Chef? Gut. Äh, Simon Says. Wir haben... Simon Says. Vokal? Äh, ein I. Ja. Okay. Es bleibt grün. Wir haben kein Zweck. Grün, äh, gelb. Okay. Äh, grün, grün. Also zweimal gelb. Genau. Grün, grün, grün. Dreimal gelb. Wow. Okay. Einfach. Dreimal grün, einmal blau. Äh, dreimal gelb, einmal rot. Ja. Okay. Dreimal grün, einmal blau und dann rot. Dreimal grün, also dreimal gelb, einmal rot, einmal blau. Jo. So, gelber Knopf. Mit Detonator. Ja. Gelber Knopf, Detonator. Abort. Geh mal kurz die Zeit. Ja, 21. Äh, wie viele Batterien hast du? Äh, eins, zwei. Äh, was steht da drauf? Detonate. Äh, einmal drücken, wieder loslassen sofort. Jo. Nice. 1,7. Boah. Alter. Boah. Boah. Alter. Dieses Who's on first mit den ganzen Red, Blank und was weiß ich. Boah, das ist echt scheiße. Naja, da müssen wir uns ein bisschen mit einfallen lassen, das muss schneller gehen. Ja. Wir müssen irgendwie, weiß ich nicht, so dass du ein Wort sagst, eine Sekunde wartest und dann das nächste Wort oder so. Ja, dass ich einfach durchgehe, Blank, U, Wait, also halt ein bisschen langsamer. Ja. Du sagst dann einfach Stopp und gut ist. Boah, Alter. Das ist aber, Alter. Ja. Boah, ich bin so mega fertig, Alter. Das ist krass. Ja. Das war die erste Folge von Keep Talking and No One Explodes. oder Nobody Explodes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao. Tschüss.